Spielen wir mal auf die Minecraft auf der PS Vita TV. Das ist dieses kleine Ding. Ich habe hier natürlich auch noch zwei Controller. Von PS3 und für die PS4. PS4 Ladekabel, äh Gerät. Und hier ist mein TV. Das heißt, Zeit zum Zocken. Moment, ich muss kurz erstmal PS4-Control aussuchen. Ach da, ist das blöd oder? Oh mein Gott. Ja, heute werden wir auf unserem privaten Machen. Wie immer weiterbauen. Und Fleisch kommt. Heute. Minecraft. Wenn ihr Gomme, äh Dena, ne 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 Unge und Revinzeit kennt. Das ist so ein Projekt, was die haben. Ja, aber ich und Relife, wie immer der Typ heißt, werde ich zocken. Das müsst ihr kennen, weil ich kenn den auch so gut. Und hier ist mein PS4-Control auf dem Karton vergefallen ist. Ach, das Bild hat alles überlebt. Aber. Aber. Trotzdem. Trotzdem. Halbisch gehabt. Das Bild hat auch mal gut. Ach, fertig. Jetzt zocken auf. Minecraft-Battle kommt heute oder morgen. Mit Hexia-Pack dauert immer, immer so, so lange. Und heute kommt vielleicht nochmal ein Unboxing, weil ich mir was holen will. So ist die Inseln hier, wird Rilei Falé bezeichnet, Freund von mir, oder auch YouTuber. Und hier baue ich eine Burg oder irgendwas, da muss man hier irgendwo einen Wolleblock, ich bin Tim Roth platzieren und wer gewonnen hat, muss hier drauf machen. Hier einfach mal Wolleblock drauf, hat man dann automatisch gewonnen.